Reddit, Geschichten aus der Kindheit Ich habe ein Shampoo, lecker Zitrone vorne drauf, getrunken und meine Mutter musste den Giftnotdienst schon wieder rufen. Familienausflug ins Besuchersalzbergwerk. Mein ca. 6-jähriges sich trottet der Gruppe hinterher und leckt währenddessen immer wieder an den glitzernden Wänden. Gemerkt hat niemand was. Zum Abschluss gab's einen Salzkristall als Geschenk, der während der Heimfahrt ebenfalls liebevoll abgeschlotzt wurde. Abends habe ich mir dann die Seele aus dem Leib gekotzt und meine Eltern hatten genau null Mitleid mit mir, als ich meiner Aktion unter Tage gestand. Ist noch immer eine beliebte Geschichte auf Familienfeiern. Ich habe als Kind mal aus Protest in die Badewanne gekackt, weil mein Bruder auf der Schüssel so lange gebraucht hat und nicht aufstehen wollte. Ich hab übrigens auch mal in die Wanne geschissen, während ich mit meinem Vater darin gebadet hab. Gut, ich war drei oder so, aber er erzählt das heute noch gern, wie er mich hochgehoben hat und dann der Wursttorpedo Richtung Oberfläche schoss.